Ja hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Resident Evil 5. Hier ist es gerade ziemlich heiß. Und es knallt ständig. Ja, aber ich glaube da müssen wir runter. Das hilft nichts. Ja. Vor allem muss man aufpassen, dass man nicht zu nah an der Kante da steht, sonst wird man sich auch schon spätiert. Ach komm, mach ich den nicht auf der falschen Seite neu. Naja, bringt ja nichts. Runter da. Na toll, da oben ist noch ein Gegner. Genau das hatte ich mir gedacht. So, ich lauf jetzt mal ab da. Du blöder Typ ey, mit deinen blöden Handgranaten da oben. Ach Gott. Boah ey. Boah, das war eine Granate, oder? Ja, hätte das Ganze fast mit Luft gesprengt. Ähm, wo müssen wir dann hin? Hier und? Alter, der Typ da oben muss weg. Okay. Okay. Nein! Was zum Teufel? Das war wahrscheinlich ich, aber eigentlich habe ich auf das hintere geschossen. Warum das vorderexposit ist, weiß ich nicht. Oh Gott. Ich will hier raus. Du musst weit genug weg, oder? Ja. Ja. So. Boah, raus hier. Ach, das ist interessant. Wenn wir genau auf der Mitte gelaufen wären, hätte uns das Band nicht zurückgedrängt. So. Naja. Gut, dann habe ich dich eben einmal frittiert. Ach, ich weiß, wo wir sind. Ja? Ja, ich kenne den Bereich aus Mercenaries 3D. Alles klar. Was haben wir hier wieder Schönes? Das letzte Maschinengewehr. Eine SIG 556. Was? Wer, Muni? Wo? Hinten. Da. Ja, da liegt ein Maschinengewehr. Das zigtausendste. Boah. Nimm es mal mit. Kein Saft, wir müssen die Stromversorgung wiederherstellen. Okay. Okay. Na wie? Bis eben war noch alles an, jetzt ist auf einmal alles still. Ja. Das ist richtig. Äh. Nein. Oh nein. Ich glaube, das waren die, vor denen ich Schiss hatte. Okay. Da liegt Maschinengewehr-Munition. Ich glaube, jetzt tun die Vieh hier uns nur nix. Aber das kommt dann wahrscheinlich gleich noch auf dem Rückweg. Das kann sein, ja. Paketen. 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 Hier. Ach, da hinten. Wow. Die war direkt links neben dir. Krass. Ah, da drin. Ja, ich wollte gerade sagen, da sind Schalter. Danke für dein Kontrollpunktspiel. Aber auch danke dafür, dass ihr die freigelassen habt. Scheiße. Was haben wir denn hier noch? Ja, Gott, so viel Gieß. Das ist gut. Ach, scheiße. Weg mit dem. Werf ich die jetzt mal hin? Ich hab nichts mehr. Was war das denn nochmal mit? Okay. Sehr schön. Naja. Also eigentlich nicht, aber... Zumindest wenn ich jetzt an die Gegner denke. Jetzt müssen wir auch da wieder zurück, oder? Gibt's keinen anderen Weg? Naja, leider nicht. Scheiße. Ich hätte jetzt gern so einen Granatenwerfer, das wäre voll cool. Mhm. Oh, ne, ausgebrochen. Ne, die Fiecher können uns sind killen, wenn es die sind, die ich denke. Oh, es sind die, die ich denke. Ja. Ne, 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 ne. Oh. Ähm. Das Ding auf dem Bauch. Oh, sind die scheiße. Mhm. Sind sie auch noch zu zweit, oder? Ne, einer alleine. Ja, noch. Wer weiß. Okay, es hat sich auf dich fokussiert. Äh. Nein. Okay, es ist jetzt bei mir geblieben. Nicht, 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 nicht. Okay, es ist tot. Okay. Ja, komm. Ich war auf dich so zu winden, scheiß Vieh. Oh, ich hab den Stein der Macht. Wow. Cool. Klingt ein bisschen wie aus irgendwas von Sailor Moon oder so, aber hey. Ja. So. Ich, äh, achso, da hinten. Ja, ja. Ja, ich, äh. Achso, du hast schon mal das Band wieder angeschmissen. Oh, okay. Ist das hier, die... Ist aber scheiße hier. Wo müssen wir denn hin? Wo geht's denn da? Achso, warte mal. Wahrscheinlich unten rum. Wahrscheinlich hier rum, genau. Oh nein, fies. So, und dann guck ich mal. Ja, das funktioniert auch hier. Wenn du dich auf die Mitte stellst, dann kannst du durch. Okay, kannst du nicht. Ja, wenn die nicht wäre. Okay. Nein. Wobei, ich stehe gerade. So. Jetzt müssen die auch rumliegen und sich noch bewegen. Ja, gut, dann muss man den ausweiten. Das bleibt dann gut. Sonst könnte man einfach über die Mitte rennen. Das wäre viel einfacher. Toll, und da vorne geht's nicht. Rüh, komm, lauf, beweg dich immer schneller. Ja, toll. An den beiden komme ich nicht vorbei. Ah, doch, ich bin vorbeigekommen. Da liegt eine Goldkette. Die nehme ich mit. Gut, ich habe auch eine aufgesammelt, okay. Nein. Das wäre, was wir verkaufen können. Ist nicht cool. Lauf doch. Ah, das ist richtig schwer am Ende, da. Ja, ja. Aber ich habe es geschafft. Okay. Das hat es jetzt angehalten. Ja. Wäre wahrscheinlich gewesen, wenn einer es geschafft hat, damit der andere leichter rüberkommt oder so. Ja. Oh Gott. Hey, vor dem Viech eben hätte ich eigentlich, also hatte ich ein bisschen Angst, aber das ging ja noch. Oh, hier ist schon wieder Schleim. Super. Oh, nee. Hey, hat er jetzt nochmal ein Comeback? Bitte nicht. Oh, wir haben wieder jedem mal geküsst. So viel Sache, was man hier kriegt, das gefällt mir gar nicht. Wir sind auch evil. Pistolenmunition. Brandgranaten, Gewehrmunition. Ich weiß nicht, was besser sind. Brand- oder Handgranaten, ist halt die Frage. Ja, das kommt halt immer darauf an, wie viel Platz ist, ne? Hier liegt nochmal Pistolenmunition, die kannst du dir gerne mitnehmen. Mh. Mh. Das ist dann noch ein Slot frei, dann gebe ich dir die mal. Nein! Okay. Ach, das sind Brandgranaten für die Waffe. Ja, das ist Moni dafür. Für deinen heiß geliebten Granatwerfer. Ja, den will ich unbedingt mitnehmen. Scheiß auf die Brandgranate jetzt. Riss es mal aus, bleib mal weg. Ne, egal, ob ich die Waffe habe oder nicht, ich würde es mitnehmen. Okay. Ach, ja. Was heißt, wenn der kommt? Hallo? Du sollst den... Genau. Mach mal ein Kapitel Ende, ich will die ganzen Sachen verkaufen, die wir da gefunden haben. Das wäre schön, aber... Auch das wird, glaube ich, nicht passieren. Der kommt tatsächlich wieder, oder? Nein. Ach Gott, nicht noch so ein Schleimfuzi. Mhm. Ja, ich bin hier. Hier. Ach, hier. Du siehst nicht mal so tauffrisch aus. Ja, deswegen braucht er ja die Schleim... das Schleimzeug. Ach, Exella. Ich hätte fast was gesagt. Ich höre die Klappen. Wo ist Jill? Wo ist Jill? Ich weiß gar nicht, wo sie ist. Ja, danke. Ja, ich bin euer Spielkamerad. Aha. Ja. Ja. Die Oedal-Burse ist eine neue BOW. Und du planstest auf es zu Terroristen? Schade, aber nicht. Ich habe keine Intention, um es zu stellen. Dann, was benutzen Sie es für? Evolution? Es ist ein verletzender Weißen. Wir sehen dich, Harry Potter! Äh, ja? Vielleicht ist das ein Crossover. Hast du da was verloren? Ja. Ja. Außerwege. Hm. Ach nöde. Ja. Hm. Oh Gott. Stoß schneller um. Mhm. Du brauchst erstmal ein halbes Jahr. Ach, der war doch irgendwo. No! Oh. Oh. So schnell? Mhm. Verdammt, hier war doch irgendwo ein Flammenwerfer. Grünes Kraut. Randgranate? Oh! Er ist Hilfespray. Mann! ich bin voll mit allem wundervoll kannst du alles haben ja ich wollte mit dem gewehr munition das erstes mal mitnehmen ist doch voll damit dort spaß das ding noch mal schneller um ich fackel dich an du dummes vieh doch mal das bringt auch was ich hoffe es auch ich brenne für dich ich fühle das ding mal nach das war knapp na super jetzt ist er auch nö nein geh weg er haut ganz schön rein warum habe ich jetzt ein ekels zeug an mir dran jetzt nicht mehr so ich wollte gerade eben hier muni mitnehmen sind irgendwo so ein gas ding was ich glaube ich habe wir haben alles schon umgeschmissen ok backel ab das hört sich gut an was er da macht ja er sollte fast weg sein ja fast schneller 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 dann kommt er denn jetzt wieder da hier ist auch nichts mehr übrig gerade triffst du ihn nicht immer noch nicht dann stehe du scheißvieh jetzt nachfüllen, nachfüllen, nachfüllen komm, komm, komm mhm alter, stirb doch mal jetzt das wäre schön, wenn das so wäre dem wächst ja alles wieder nach irgendwas stimmt doch da nicht na, alter es wird immer mehr habe ich das Gefühl das sind andere Formen mhm 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 ja shit oh dass das abzieht Ja, das haut leider extrem rein. Der kommt schon. Nee, das reicht wahrscheinlich nicht. Das kann doch nicht sein. Das ist auch. Das ist auch. Hallo, du musst tot sein, dein Gesicht ist ab. Das interessiert den nicht. Äh. Mhm. Mhm. Das machen wir falsch, hab ich das Gefühl. Ja, ich hab auch das Gefühl. Das hält ihn auf, aber das stört nicht. Hm. Es spawnt immer wieder, das gibt's doch nicht. Ja. 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 Eh... Ich versteh's nicht. Ich blick da auch grad nicht so ganz, was da verkehrt ist. Alter, ich hab doch gedrückt. Steh auf, Mädel. Ja. Aua. Oh Gott. Ist irgendwo ein Tipp oder so. Oh, das spray ich nehm ich mal mit. Ja. Hm. Oh Gott. Das ist doch nicht mehr wahr. Ist er irgendwie... Es ist irgendwie komisch. Ja. Vor allem gleich keine Uni mehr. Ist dumm ist, man kann ja nicht mal auf Stop drücken, weil's nix bringt. Ne, ne. Das ist richtig. Tja, jetzt hab ich gar keine Uni mehr. Doch, ich hab noch Kanaren. Na, toll. Ja, das hat doch keinen Sinn. Ach, das bringt einfach nichts. Was? Der geht nur immer weg und kommt wieder. Das ist scheiße. Ja, ja. Meine Mund ist doch fast alle. Hm. Hm. Sorry. Okay. Hm. Ja. Findest gut. Das hat keinen Sinn. Es ist sogar besser, wir sterben. Wir haben keine Munition mehr. Äh. Selbst wenn wir hier rauskommen sollten. Ohne Muni. Komm, bring mich um. Ist okay. Er ist grad durch mich durchgelaufen. Ja, hab ich gesehen. Okay. Dann, äh, würde ich sagen, dass ich sowieso mal dann kurz den Part unterbreche, weil wir 23 Minuten haben. Genau. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Äh, ich hoffe, es hat euch da noch gefallen. Ja. Und, äh, ja. Müsst erstmal gucken, wie das hier funktioniert. Genau. Bis, ja, dann zunächst mal. Bis dahin. Tschüss. Wirklich, особенноen ihn um den Pse test. Okay, was glaubt ihr oder? Weilen das次 wieder auf. Wirklich, ja nicht wieder auf, wer процесс selbst zu über dropping, Wirklich, fuhh. Ich denke würde mich nicht würde hier zwisch.